Einen schönen Advent wünsche ich und ihr kennt den Kalender und den Kalender, aber wir machen erst natürlich Paw Patrol auf. Die Nummer 17, der Sonntag, ist hier oben, direkt neben Sky und Rubble. Aufmachen, abreißen, wegschmeißen. Wir haben einen kleinen Jockey. Tun wir natürlich direkt zur Seite und da ist wieder der liebe Chase und der Marshall. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir machen im nächsten Video direkt den Mario Kalender weiter auf. Bis später.